Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir begrüßen heute einen Neuankömmling in unserer wöchentlichen Chest Opening Bonanza, whatever. Und zwar mein Charmy hat es geschafft, noch am Montag oder Dienstag Level 60 zu erreichen und noch Dienstag war es. Dienstag habe ich Level 60 erreicht. Und am selben Abend habe ich noch eine Mythic Plus-Innie gemacht, tatsächlich. Und zwar nichts hohes, aber wir kriegen ein Item, das heißt wir können heute 5 Drohnen öffnen. Ich bin schon ganz wieselig, ganz aufgeregt und ganz kribbelig im Höschen und deswegen fangen wir auch direkt an. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und damit starten wir rein. Ganz wichtig auch diese Woche, gerade mit Twinks, nehmt diese Quest hier an. 4 Mythic Dungeons abschließen, kriegt ihr ein 213er Item aus Natria, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir fangen heute mit meinem Charmy an. Und der bekommt einen, ein Trinket. Seelenlassener Rubin aus Theater of Pain, müsste das sein. Ähm, ja klar, nehme ich. 200 Trinket ist ein 200er Trinket, da sagen wir nicht Nein zu. So, bekommen wir hier sogar noch eine legendäre Erinnerung. Auch das, sehr, sehr fein. Was haben wir für einen Key? Nekrotische Schneise plus 2. Dasselbe Trinket habe ich schon auf 171, wird jetzt ausgetauscht und damit haben wir 174er Item Level. Ist noch nichts Wildes bis dahin, aber mein Gott, 15 Int mehr. Der Crit-Effekt ist ein bisschen besser. Wir nehmen, was wir kriegen können. Und insofern, jedes Item Level, was wir jetzt gewinnen, hilft uns dabei, in bessere Gruppen zu kommen. Für Mythic Plus Runs und so weiter und so fort. Gut, damit sind wir beim Schamanen auch schon durch. Trinket ergattert, sehr schön. Ich würde sagen, wir hangeln uns jetzt mal hier von unten die Charliste durch und machen die Eule zum Schluss. Ich habe ja in den letzten Videos gesagt, es war sehr, sehr lucky, wenn wir keine Schnitte drin hatten. Das werde ich auch diesmal nicht tun. Wir müssen Stück für Stück die Truhe hintereinander wegöffnen. Das hat Glück gebracht. Und das wollen wir auch diesmal wieder tun. So, Parla ist am Start. Praktischerweise gleich hier daneben ausgeloggt. Sehr schön. Bei dem könnte ich tatsächlich auch die Quest hier annehmen. Ist aber fraglich, ob ich da 4 Mythic Dungeons mitmachen werde. Wahrscheinlich eher nicht. Öffnen wir die Chest. Und die Halskette. Oh, hier würde ich eine Waffe kriegen. Da ein 220er Umhang und ein 213er Handgelenk. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe einen 213er Umhals, habe ich schon. Ich glaube, am meisten Sinn würde tatsächlich die Waffe machen, auch wenn es nur 6 Itemlevel sind. Unterschied. Aber der Int-Bonus, den ich bekommen würde. Hier sind es halt nur Second Stats. Ja gut, Tempo wäre besser. Aber hier bekomme ich einen guten Int-Boost. Deswegen werde ich jetzt die Waffe hier nehmen. Kann sie jetzt an dieser Stelle leider noch nicht eintauschen. Gut, ich glaube, jetzt müssen wir doch einen Schnitt machen. Leider. Wenn dadurch unsere Glückssterene reißt, dann wird es richtig, richtig bitter. Aber ich möchte mir jetzt die Waffe holen, einfach um zu sehen, auf welches Itemlevel ich dann komme. Es müsste hoffentlich 2.15 noch was sein. Ja, es könnte eng werden mit 2.15. Shit. Ich habe aber nicht genug Punkte, um was zu upgraden, glaube ich. Sieht nicht so aus. Na gut. Ich hole erstmal die Waffe und dann sehen wir weiter. Hinterher kann man sich immer noch aufregen. So, damit ist die 2.13er Waffe am Start. Stachel des Schreckens Inquisitors sind auf Itemlevel 2.13er mit. Wie bereits erwähnt, gibt, glaube ich, 12 mehr Int oder so. Also, was es war, nehme ich auf jeden Fall mit. Ich denke, besser als die Second Stats da auf dem Dingenskirchen, auf der Halskette. Wir sind jetzt 214,8. Damit kann ich leben. Also, 2 Charts, 2 Upgrades. Gut, bei dem einen war es jetzt nicht sonderlich schwer. Gucken wir jetzt bei Monc Carino rein. Was wir da so am Start haben. Schauen wir mal, ob es da ein Upgrade geben wird oder nicht. Ich bin sehr gespannt, was ganz schön wäre oder was ich mir wünschen würde. Ich würde gerne über die 220 Itemlevel kommen bei Monc. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen an dieser Stelle. So, rauf aufs Mount. Auf mein süßes kleines Alpaka. Rein in die Halle der Verwaltung, Verwahrung. Und, so, öffnen. Gönnen. Chest. Habe ich schon eine Chest? Ich glaube... Nein, habe ich noch nicht. Sehr schön. Crit Mastery gegen Haste Versa. Ähm, ist alles in allem, glaube ich... Also, es ist so oder so ein Upgrade. Das definitiv. Und... Von den Werten her ist es auch ganz in Ordnung. Da kann man nicht... Oh, hier ist nicht ewiges Geplänkel drauf, oder? Oh, shit. Das kann ich ja gar nicht haben. Haben keine VZ mehr. Es fühlt sich nicht richtig an, wenn man auf einem Char ist und den nicht ausreichend VZen kann. Ja? Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Was haben wir für einen Key? Blutigen Tiefen. So, da ziehen wir das Ding mal an. Hier ist Versa drauf. Die Chest werde ich jetzt mal behalten. Fürs, ähm... Tank hier. Falls ich das irgendwann mal wieder machen werden sollte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das DPS-Gier können wir an dieser Stelle mal abspeilen. Und wenn mal einer hier mit dem Longboy rumstehen soll, ist auch keiner am Start. Mann, Mann, Mann. Kein Verlass mehr auf die Leute. Gut. In diesem Sinne. Monk hat Upgrade gekriegt. Dann können wir gleich... ...weiterschauen. Nicht das Spiel noch. Oder ich suche noch einen Namen Longboy. Gut, muss ich gleich dran denken, mit meinem Droiden den Monk eine VZ zu schicken. Und gut. Upgrade. 2,20 sind geknackt. Was haben wir jetzt? 2,20,2. Perfekt. Gehen wir auf den Hunter. Da würde ich auch ein schönes Upgrade gerne nehmen. Ich glaube auch das niedrigste Item hat da 2,13. Wenn mich nicht alles täuscht. Also auch da sind noch Upgrades definitiv möglich. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich glaube mit so am schwächsten sind dann... Gut, hier ist halt auch nicht mehr so viel, was ich noch upgraden könnte. Handgelenke, eine Chest. Ja, es sind nur noch Kleinigkeiten. Also ich sag mal... Ich rechne mir jetzt hier gerade nicht mehr allzu viel aus. Es geht langsam in die Richtung wie bei der Eule. Dass hier auch nur noch sehr wenig Upgrades für mich drin sind. Uh! Und es sind direkt die Handgelenke. Ah, blöd nur. Jetzt habe ich da welche mit Sack. Und Crit ist ziemlich... Crit ist ganz, ganz gut für mich. Gut. Heißt also wieder... Wir müssen schnell durchsimulieren, ob die Dinger jetzt besser sind oder nicht. Dafür gehen wir wie immer auf ratebots.com. Keine Werbung. Einfach nur die dafür geeignetste Seite. Wir füllen diesen String, den ich da eben kopiert habe, ein. So, ich kann die ja schon mal mitnehmen. Hier auf dem Hunter ist es mir egal, ob Stigia oder nicht. Und tatsächlich, die Armschienen, die neuen, sind ein Upgrade. Nur 10 DPS, aber Upgrade ist Upgrade. So, dementsprechend können wir die auch anziehen. 2,22. Bam, Junge! Ins Gesicht. Sehr schön. So, was hat man hier drauf? Ruhe, Raffung. Jetzt nicht... Jetzt nicht super wichtig, dass wir die draufpacken, aber... Was man hat, hat man. Handschuhe. Brust, Brust, Umhang, Umhang. Sagen wir, auch nicht mehr am Start. Was ist denn das für eine Kacke hier? Nichts ist mehr da. Also, zweite VZ, die ich brauche. Ruhe, Raffung und ewiges Geplänkel. Oh boy. So, was haben wir hier jetzt? Hier haben wir 222,1. Also, vier Chars, vier Upgrades. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Boostet auch wieder alle Chars in Sachen DPS. Das macht einen doch immer glücklich. Und jetzt zum Schluss. Guck mal noch bei der Eule. Ich erwarte nichts. Wie immer. Aber vielleicht, es lief jetzt so gut. Vielleicht werden wir auch doch mal überrascht jetzt an dieser Stelle. Man kann sich ja da an der Stelle nicht sicher sein. Machen wir mal die Chest hier auf. Trinket würde ich noch brauchen. Und den Rest. Crit Mastery gegen Crit Haste. Die könnten theoretisch sogar besser sein. Die Brust. Wenn ich mich nicht irre. Muss ich auch nochmal durchsimulieren. Falls es jetzt sagt, ich habe zu viel Haste und das passt vom Mastery. Äh, zack. Nein. Das ist falsch. Da müssen wir jetzt also mal schauen. So, wir kopieren den Kram hier nochmal. Invalid Input. Sag mal. Fucking. Seite will nie so, wie ich will. So, jetzt aber. So, dann wählen wir die Chest aus. Und was haben wir als... So. Da drauf. Primärwerte plus 30 habe ich hier. Äh, ewiges Geplänkel. Gut. Dann können wir jetzt schon mal die schnell DVZ machen. What? Irgendwas stimmt doch da wieder nicht. Warte mal. Back to Top Gear. Irgendwas. Back to Top Gear. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da scheint irgendwas mal wieder nicht ganz so zu laufen, wie es soll. Äh, wo haben wir denn? Ruhe Raffung, Ruhe Raffung. Handgelenke, Handgelenke, Handgelenke. Hm. Es sagt immer noch über 150. Puh. Da muss ich jetzt nochmal gegenchecken. Also wir nehmen auf jeden Fall jetzt mal die Brust mit. Mein Gott. Kann uns ja jetzt nicht großartig schaden. So. Und jetzt ziehen wir das Ding mal an. Und packen da unsere ewigen Werte drauf. So. Das haben wir getan. Sieht natürlich auch super sexy aus jetzt. Das Outfit fürchterlich. Da müssen wir also noch gegenwirken. Also zumindest von der Stat-Verteilung. Das sieht ein bisschen schöner aus jetzt. Das kann ich zumindest schon mal sagen. Und was hat, welchen Schach hat man noch? Äh, das war der falsche, ne? Jetzt, ja. Ich spät sie. Okay. Jetzt einmal kurz hier ausloggen. Für einen anderen Sim. Dö, 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 dö. Gucken, was es da jetzt sagt. Ist die Brust besser oder nicht? Nö, ist sie nicht. Ich habe keine Ahnung, was da im Moment los ist bei mir mit Raidbots. Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Hm. Interessant. Naja. Ich werde die Brust auf jeden Fall mal aufheben. Grid Mastery. Haste, also gut. Grid ist halt mit Abstand. Oder ist schlechtester Stat. Haste ist... Ja, mein Gott. Ich behalte jetzt... Ich behalte die Brust mal für alle Fälle laut jetzt dem zweiten Sim, den ich in letzter Zeit mehr vertraue. Ist die Brust schlechter als die, die ich anhabe? Und den anderen von Raidbots. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die fast 200 DPS besser werden soll. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich habe auch gerade nochmal alle Einstellungen gecheckt. Also da ist an und für sich, für sich alles richtig. Deswegen verstehe ich jetzt nicht so ganz, was das soll. Aber gut. Wir sind durch. Fünf Chars. Vier Upgrades. Damit kann ich leben. Was mit dieser Brust auf sich hat. Die wird jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Patches verschümmeln. Und dann irgendwann mit 9.1 entzaubert werden. Ja. Für den Rest der Chars bin ich zufrieden. Also war ein alles in allem erwartbares Ergebnis, sage ich jetzt mal. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei euren Truhen, bei euren Chests. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.